Ein scharfes Kindermädchen ist einfach scheiße. Ich kann Heather nicht mal ansehen, ohne dass Carla explodiert. Skeptische Luftflosse. So scharf kann sie gar nicht sein. Ach wirklich? Denn ich hab hier zufällig eine Aufnahme meiner Überwachungskamera, die was anderes beweist. Meine Mama hat eine Kamera im Bad angebracht. Sie sagt, ich bade immer viel zu lange. Wirf den Schweinekram ein. Wo kommen die denn plötzlich alle her? Ich hab die Nachricht verbreitet. Wir haben für ihre Mutter getan, was wir konnten. Aber manchmal ist das Leben einfach. Sie entschuldigen, das Möpsehorn.